Eine verkorkste Saison gilt es zu retten und er ist der Hoffnungsträger bei den Dresden Titans. Randall Holt geht seit diesem Jahr für die Elbe Riesen auf Korbjagd. Im Schnitt bringt er es auf 20 Punkte pro Spiel und gibt seinem Team Rückenwind im Kampf um die Playoff-Plätze. Er ist kein Wilder, er ist ein sehr überlegter Spieler mit hohem Basketball-IQ und dadurch kann er eine Mannschaft komplett führen, kann sie ein bisschen schneller machen, ein bisschen langsamer machen, das macht er sehr gut. In Halbzeit 1 gegen den Tabellenführer Ehingen hält sich Randall Holt zurück. Die Show gehört zunächst den anderen. Max von der Wippel punktet sehenswert aus der Nahdistanz. Andrew Jones überzeugt mit Treffsicherheit aus dem Feld. Die Dresden Titans führen nach dem ersten Viertel knapp mit 24 zu 22. Vieles passt bis hierhin, auch die Zuschauerzahl. Fast 1500 Fans unterstützen ihr Team. Im zweiten Viertel aber gönnen sich die Dresdner eine kleine Schwächephase. Lediglich fünf Punkte gelingen in acht Minuten. Manchmal wollen die Titans mit dem Kopf durch die Wand. Ehingen zieht auf 35 zu 27 davon, wird jedoch bis zum Seitenwechsel eingeholt. Walter Simon mit dem 39 zu 39. Zur Halbzeit ist also praktisch noch nichts passiert. Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme mit Tobi Jahn gehabt und auch Daniel Berger ist ein toller Spieler. Es ist sehr schwer, sie zu bremsen und besonders die Offensivri bei uns haben ein bisschen wehgetan und das haben wir dann in der Halbzeit eine deutliche Ansage gemacht, dass das so nicht geht. Der dritte Spielabschnitt und jetzt läuft Randall Holt zur Höchstform auf. Praktisch jeder Wurf des 24-Jährigen findet den Weg in den Korb. Aus jeder Distanz trifft der Amerikaner. Randall Holt bringt die Titans in Front und begeistert zudem die Massen. Im dritten Viertel waren wir richtig aggressiv und schnell. Das Team hat klasse gearbeitet, mir viel Raum gegeben. Ich konnte so das Spiel gut führen und entsprechend punkten. Da hat wirklich viel gepasst. Randall Holt ist einmal mehr der beste Titans-Spieler an diesem Abend. 24 Punkte bringt der Amerikaner zusammen. 80 Prozent Trefferquote bei den drei Punktversuchen. Neun Assists. Fast 38 Minuten steht Randall Holt auf dem Feld. So viel wie kein anderer Akteur im Titans-Trikot. Na gut, Randall ist der beste Pointcard in dieser Liga. Da braucht man nicht lange diskutieren. Und er hat diese besondere Gabe, dass er erkennt, wann er das Spiel selber mal in die Hand nehmen muss und dann wieder aufhört, damit er es nicht übertreibt und forciert. Insofern hat er die Mannschaft sehr gut geführt in der ersten Halbzeit und hat das Spiel mehr in die Hand genommen im dritten Viertel und nachher auch wieder als Verteiler mehr agiert. Und dadurch sind wir sehr schwer zu bekämpfen, weil man muss sich dann auf ihn konzentrieren und dann entstehen mehr Optionen für die anderen Spieler. Dass die Dresden Titans den Tabellenführer stürzen, ist aber nicht allein an Randall Holt festzumachen. Denn auch im letzten Viertel behält das ganze Team den Kopf oben, gewinnt am Ende verdient mit 83 zu 74. Das heute war ein sehr wichtiger Sieg für uns und das gegen das beste Team der Liga. Dieser Erfolg lässt uns im Playoff rennen und nur darum geht es. Wir spielten gut und entschlossen. Das war heute entscheidend. Die Dresden Titans belegen nach dem Sieg gegen Ehingen den siebenten Tabellenplatz. Nächste Woche geht es zum direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze. In Würzburg soll dann auch endlich der Auswärtsflug besiegt werden. Da kommt es einfach nur darauf an, dass wir im ersten Viertel wach sind und direkt bereit sind, physisch und hart zu spielen, offensiv die Monster holen, diese auch auszustellen und die wir zu spielen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir gewinnen können gegen Würzburg. Das müssen wir auch gewinnen, weil die sind ein direkter Konkurrent um den achten Platz. Und es wird jetzt eine sehr wichtige Phase in den nächsten paar Wochen. Ein Auswärtssieg in Würzburg und der Freudentanz in der Fremde. Allein die Vorstellung, wie sich Trainer Steven Klaus in des Gegners Halle begeistern kann, sollte Ansporn genug sein.